Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode E-Car Review News, heute mit dem Thema Lieferkette und die Abhängigkeit von China und wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gern ein Abo da und wenn du dein Elektroauto bewerten möchtest, schau auch gerne mal auf E-Car Review vorbei, wir freuen uns sehr auf dich. Starten wir also gleich mal rein mit dem Thema chinesische Automarken, denn oft konzentrieren wir uns genau auf diese Marken, vergessen aber, dass im Hintergrund ja auch die ganze Lieferkette dann aus China kommt. Und hier ist ein gutes Beispiel, in 2022 wurden insgesamt 29.000 Autos von chinesischen Herstellern laut ADAC zugelassen, das ist jetzt noch nicht so viel, es kann natürlich auch viel mehr sein, aber dieses große Drama erstmal im ersten Moment, dass die Chinesen alles übernehmen werden, das ist jetzt in den Zahlen noch nicht sichtbar. Wir wissen aber auch, dass natürlich all diese chinesischen Hersteller auch in China entsprechend ihre Lieferkette haben, sprich die ganzen Unternehmen, die die Teile bauen etc. etc. Ein gutes Beispiel ist auch hier unter anderem Tesla, die natürlich in Shanghai ein Tesla Model 3 herstellen, welches dann exportiert wird nach Europa und aus chinesischen Teilen besteht und diese Lieferkette ist in Shanghai zu 95% lokalisiert. Das heißt, es gibt kaum Unternehmen, die nicht lokal dort ihre Sachen produzieren und da ist definitiv fast nichts deutsches dabei in diesem Auto und das ist natürlich ein Problem. Diese Unternehmen, die also hier als Zulieferunternehmen agieren, wachsen immer schneller und haben ihren Gesamtumsatz gegenüber der Vor-Corona-Zeit, also im Jahr 2019, um 16% auf 1,064 Billionen Euro angehoben. Und natürlich gibt es bekannte Namen wie Bosch, Continental und ZF, die natürlich hier eigentlich in dieser Spitzengruppe sind, aber es kommen eben halt immer mehr chinesische Player dazu, was dann zum Beispiel ein Unternehmen wie Cuttle sein kann oder Fast Gear. Dann natürlich auch Wai Chai Power und das sind ja nur wenige Namen von vielen, die hier auf den Markt drängen. Der bekannteste ist natürlich Cuttle und mit der Batterieproduktion, da geht es natürlich darum und wir hatten ja auch schon mal dieses Thema hier auf diesem Kanal, darum große Investitionen hier in Europa festzuhalten. Und da kann natürlich ein chinesischer Autobauer auch hier in Europa produzieren oder ein Batteriehersteller wie Cuttle hier produzieren. Das ist schon mal der erste Schritt, aber es wäre natürlich sicher gut, wenn wir noch mehr Unternehmen hätten, die auf europäischen Boden gegründet werden, aber auch hier dann produzieren. Und da geht es natürlich nicht nur um die Produktion, es geht am Ende natürlich auch um die Frage, wo kommen die Rohstoffe her. Denn das sind alles Dinge, die in dieser gesamten Lieferkette beachtet werden müssen und da spielt ja auch Südamerika und Australien eine große Rolle, wenn es darum geht, entsprechend hier alles für die Batterie heranzuschaffen. Was heißt das für deutsche Unternehmen? Der Druck würde größer, die Produktion hier in Europa ist zu teilen, je nachdem wo man ist, vielleicht auch nicht mehr so wettbewerbsfähig gegenüber der Konkurrenz in China. Und natürlich versucht man jetzt die Flucht nach vorne und man investiert und da wurde auch sehr viel im Manager Magazin darüber geschrieben. Aber trotzdem wird es sehr, sehr schwierig werden, solange natürlich so Dinge wie die Energiekosten sehr hoch sind. Denn das ist natürlich eine sehr energiekostenlastige Lieferkette, die wir hier haben und da muss natürlich viel passieren, damit wieder die Rahmenbedingungen gegeben werden oder gewährleistet werden, dass man hier wettbewerbsfähig sein kann. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Gründe. Man hat natürlich lange Zeit sehr viel profitiert von dem Erfolg der deutschen Autobauer. Vielleicht ist man auch ein bisschen träge geworden. Es hat vielleicht auch bei manchen Unternehmen einfach nur interne Probleme gegeben, die dann am Ende dazu geführt haben, dass man jetzt versucht, mit Investitionen in Indien, Vietnam, Ägypten und Mexiko die Flucht nach vorne zu suchen. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann.